2 1 2 4 4 5 6 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 19 12 12 Ich habe es gar nicht schlecht, dass du mich da zur Seite genommen hast. Der Inhalt war. Meine erste Unternehmung war es neben mir, ein bisschen meinen Namen zu vermarkten, auf jeden Fall, einfach, ja, es ist eine Welt vor mir und, ja, es ist nicht immer so angespannt, ob er einfach eine heiße Frau ist und er sich kennenlernen muss. Was sage ich dazu, ja, das sind ja die ganze Zeit meine Befürchtungen, jemand der hier ist, um sich so ein bisschen zu pushen und seine Vorteile davon zu ziehen und, ähm, davon halte ich halt leider wenig. Aber das ist ja ein paar Länge mehr oder so und keine Ahnung noch, bevor ich es gefunden habe, äh, es ist schon, ja, klar. Ich bin mit der Hose am Gewebsen, muss man sich sagen, hier, hier haben wir Tolls, das sind alle langweiner, äh, und dass wir es hier erfrischen, äh, wir müssen es so kennenlernen. Mehr wünschen jetzt. Also, ähm, ich möchte euch jetzt schon mal, ähm, danke sagen für den schönen Abend. Ja. Ja. Ja.